So mankel ich von Sinnen, ein leeres Glas gefällt mir nicht, ich will das, was darin nennt. Hey, Katrin, das ist kein Wanderling, das ist ein Saufgegen. Katrin, nimm den anderen, bei uns darf's bleiben, muss nicht wandern. Wer ist schuld, denn er wird zur Schlagerbühne. Das ist, das ist dir so ein Türgeklirr, die Kellnerin erscheine, lass dieses Löttinge schwirr, befeuchtet sein vom Beine. Du, Rüdiger, es kommt doch krasser, man bringt aber oft das Älterwas. Nein, nein, ich entschuldige es, ich sag's, du schwindest, denn saugen tut's ja nur ein Kind. Du, Rüdiger, ich kriege Sorge, ich dachte, Hexenverbrennung ist erst morgen. Man freut sich immer wieder über freiwilligere Ratsstand. Aber ihr seid an der Stelle nun, wo ihr spontan ins Programm eingreift. Könnt's ja rhythmische Art und Weise. Das heißt, beide Hände gehen nach vorn, alle nehmen die Hände nach vorn. Die Hände nach vorn. Andreas, nicht nach oben, nach vorn. Ja, genau, geht doch. Ja, ich bin nach oben. Nimm die Kugel nach oben. Und dann, wie es die Versailles begleitet, hier rhythmisch die Melodie. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was auch, ich sag dir wann, ja? Das sieht dann so aus. Dann fängst du wieder zu klatschen, ne? Nächste Strophe. Nun bin ich aber... Guck mal, das ist toll, eben nur ne Lücke, jetzt ist voll. Nun bin ich voll... Katrin, das hast du jetzt davon. Wir brauchen dich gar nicht, Katrin. So. Nun bin ich aber auch recht faul, möchte ich zum Balken laufen. Ich weiß jetzt nicht, halt ich das Maul, oder will ich weiter saufen. Nun bin ich aber auch recht. So schrank ich ohne. So schau es dann einfach an, und wenn ich dann so mache, dann wunsch. Schaff mir das, Sophie. Ja, genau. Bei den Taten geht das noch mal. Mit jedem Mann und meiner Knecht, mal dummer und mal weiser. Mal ist komm's auf, wenn mir sehr schlecht, mal feier ich auch leise. Ich bin gerade... Ich muss mich von folgenden distanzieren, denn ich bin nicht gerade. Ich bin gerade, so als wie der Erzbischof zu Kölner. Man fragt sich so dick, so versoffen. So fromm. Herr, lehrt sein Gläschen. Ich muss mich auch vom nächsten Wort distanzieren. Herr, lehrt sein Gläschen. Wuppei die. Wuppei die. Was will man uns damit sagen? Wuppei die. Herr, was meint Wuppei die? Janschnellrin. Ich glaub, ich spinne. Die wissen, was heißt Janschnellrin. J.S.R. Janschnellrin. Wuppei die. Und lässt es wieder füllen. Schaff, komm. So. Herr, Gevatter dort in Grün. Gevatter dort in Grün. Wie heißt der Kerl? Herr. Bruder. Hey, Herr. Du da gerade zu, Gevatter. Dir geht's auch was, Gevatter. Hey. Er ist aufgewacht. Die Badekopf und Herzen. Pfoten drinnen bringt meistens Schmerzen. Nein, nein, nein. Der soll im Schulden nicht sein. Der stellte fest, es fiel zu... Ja, ja. Hey, ich hab das nicht gewagt. Das hat er selber gesagt. Wie heißt du? Paul. Wie heißt du? Paul. Du weißt, wenn in Halle irgendein anschreien willst, ein Kerl schreist einfach... Moin. 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 Mein Lebensglas mir nicht gefällt. Doch im Beutel ist nur Leben. Paul, aber da darfst du sie nicht so tief reinstecken. Nee. Paul. Oh Herr, lass Hörn vom Himmel fallen. Ja. Daneben. Doch im Beutel ist nur Leben. So ist nun mal der Laufgabe. Erwähls nicht nur nach Hause kehre. Das ist gut. So schade ich. Ist das Programm nicht schön oder irgendwas verkehrt? Er ist die Dicke mit dem Schwert. Hat man keinen Spaß beim Spielen, nimmt man erst was Dickes als Sieg. Ich will aufhören, dachte ich mir. Ich will aufhören, dachte ich mir. Ich will aufhören, dachte ich mir. Vorhin beim Mondenscheine. Sie schreit herum. Was machst du hier? Was machst du hier? Was machst du hier? Ich kehre zurück zum Deinen. Was machst du hier? Kim하다. Kommpl scriptures. Vielen Dank.